5, 4, 3, 2, 1. Wir sind unterwegs. Links voll kurz, breiter 150. Achtung, links 5, Verengung 100. Rechts 6, Bremsen über Kuppe und links 4, Verengung bei Abzweig 100. Bremsen, Haarnadel links nicht schneiden. In rechts voll und links voll 50. Rechts 4 kurz und links 6 für rechts 5, 30. Rechts 3 und rechts 4 in links 4 schneiden, 30. Haarnadel rechts nicht schneiden, 40. Links voll kurz in rechts 5. In links 5 innen halten und rechts 5 macht zu für links 5 Mittel. Und Achtung, rechts 5, Übersprung in links 4 kurz 50. Abzweig rechts 3 kurz, leicht schneiden über Kuppe 80. Links 4 macht zu und rechts 5 kurz 50. Links 5 macht auf in rechts 5. Für links 5 Bremsen in Knoten. In rechts 4 schneiden in Haarnadel links. Und Kuppe in Knoten. Bremsen für Haarnadel rechts keinesfalls schneiden. Für links voll in rechts 6 uneben. Und links voll in rechts 6 macht zu. Und links 4 kurz, Verengung in links 6 kurz 50. Rechts 4 kurz, leicht schneiden in links 4 macht zu und rechts 5 macht zu. In Achtung, links 4 innen halten, Überkuppe. In rechts 4 leicht schneiden, in links 4 kurz, bei Abzweig 100. Links voll in rechts 5 innen halten. Und links 4 in rechts 6. In Abzweig mittig halten, Überkuppe, Verengung in Knoten. Und Achtung, rechts 4 schneiden, in links 5 nicht schneiden, Bremsen. In links 3 halten, in rechts 4 in Haarnadel links schneiden, 30. Links 4 kurz schneiden, in rechts 4 kurz. In links 4 in rechts 500. Mittig halten, Sprung über Kuppe 80. Rechts 5 lang, innen halten. Und Achtung, links 4 bremsen, in Schikan rechts uneben bei Abzweig. Für links voll in links 6, Verengung, Barriere innen. Und rechts 4, Verengung macht auf lang. In links 6 und rechts 6 lang 100. Achtung, rechts 2 nicht schneiden, in links 3 macht auf. Und links 4 bremsen, 20. Haarnadel links schneiden, in rechts voll schneiden, Verengung macht auf und macht zu. Rechts 1 nicht schneiden, bei Abzweig in links 4, innen halten. Und rechts 3 kurz und links 5, in rechts 4 kurz 150. Mittig halten, über Kuppe. Und rechts 6 lang, innen halten, in Sprung. Und links 5 macht zu, rechts 4 kurz, Verengung. Und links 6 in rechts 6. Für links 5 in Achtung, rechts 4 nicht schneiden. Und links 5 kurz, innen halten, in rechts 4, 80. Scharf bremsen, Haarnadel rechts und rechts voll lang. Links 5 lang, innen halten, macht zu, in Knoten über 50. In rechts voll, in links 4 kurz, in rechts 6, innen halten. Und links 5 kurz, Verengung 100. Achtung, Scharf bremsen, für Haarnadel links. Und rechts halten, über Kuppe, in Knoten und links 6 kurz, Ballen innen. In rechts 5, macht zu, kurz, Berg auf. Und links 5, über Kuppe, macht zu, in rechts 4 kurz. In links 5 kurz und scharfe Haarnadel rechts, 100, umheben. Rechts voll, über Kuppe, Scharf bremsen. Scharf links, bei Abzweig 60 zum Ziel.